Hallo liebe 96-Fans, wir melden uns heute wieder aus Hannover. Von der MKA nach zwei freien Tagen ging es heute weiter mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Als Highlight steht ja diese Woche noch das Testspiel gegen Werder Bremen am kommenden Samstag auf dem Programm, was wir euch natürlich wieder live bei 96 TV präsentieren können. Darüber freuen wir uns sehr. Aber jetzt zurück zu der Einheit heute. Erstmals mit dabei Niklas Hult, unser Neuzugang und wie der sich so im Training geschlagen hat und wie es für ihn war, das werden wir ihn hinterher fragen und schauen wir uns jetzt erst einmal an. Ich war sehr froh, dass ich hier heute gekommen bin. Es war die erste Mal, dass ich alle kennenzulernen, die Trainer, die Staffel und alles. Es war sehr schön. Ich hatte ein tolles Gefühl, wenn ich hier und sah die Ressing-Room und alle die Kinder, die Trainer und alles. Es war ein sehr guter Tag für mich. Und auch die Training war gut, es war sehr schön, dass ich wieder zu Beginn trainieren kann. Es war ein sehr guter Tag. Ich habe ein sehr guter Tag über Annover. Ich habe ein bisschen gesprochen mit Miku, der hier war, und er hat nur sehr guter Tag über den Klubben und die Fans und die Stadt und alles. Wenn ich hör, dass sie mich interessiert haben, und ich habe gesagt, dass sie ja sofort. Ich war sehr froh, dass sie hier kommen. Und natürlich haben sie hohe Gäste hier in der Klubben und das ist auch so, dass ich auch gekommen bin. Ich wollte versuchen, zu helfen die Team zu erreichen, diese Gäste zu erreichen. Ich war sehr froh, dass ich heute hier in diesem Training habe. Und wenn ich das jetzt mache, ich freue mich auf das Wochenende und das Spiel. Und insbesondere wenn wir die Kompettische Gäste haben, das ist das wichtigste. Das ist das, was ich freue mich auf. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018